Die Disziplin der Elektrotechnik hat ein sehr breites Anwendungsfeld. Es fängt an bei den Energiesystemen, über automobile Anwendungen, bis hin in die Medizintechnik. Im Studium geht es wirklich darum, wie lege ich Schaltung aus, wie optimiere ich Schaltung, wie werden Bauteile dimensioniert. CRD, Schaltplanerstellung, über Programmierung von Steuerung bis hin zur Inbetriebnahme von kleinen Aufbauten. Das KIT als Großforschungseinrichtung hat besondere Möglichkeiten. Dadurch, dass eben die Forschung verzahnt ist mit Projekten, die tatsächlich von gesellschaftlich praktischem Nutzen sind. Wir haben sehr viele Geräte, die wir hier einsetzen können. In den ersten zwei, drei Semestern waren erstmal so Grundlagen, mathematische Handwerkzeuge. Im Rahmen der Praxisphase ist es so, dass wir den DBW-Studenten eigentlich so ein kleines Projekt an die Hand geben, was sie selber betreuen können. Im dualen Studium hat man die Vertiefung. Du bist schon im Labor dabei. Das ist auch das Spannende, dass du nicht noch im Büro hockst, sondern auch wirklich vor Ort bist bei den Wissenschaftlern. Wenn ihr Faszinationen an der Elektrotechnik habt, dann macht euer duales Studium beim KIT.